Hallihallo, ich bin Katrin von Elkathrin und ich möchte euch heute wieder in die wunderbare Welt der Düfte entführen. Genauer gesagt habe ich mir das hierher Ziel gesteckt, euch meine, vielleicht nicht perfekte, aber doch schon ziemlich okaye Grundausstattung in Sachen Düften zu präsentieren. Also folgendes Kopfkino, ihr kommt auf mich zu und sagt, Elkathrin, ich habe bisher nur einen einzigen Duft getragen, ich hätte aber gerne so eine kleine Kollektion, so eine kleine Basisausstattung, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Was würdest du mir empfehlen? Und um das Ganze noch zu verkomplizieren, habe ich es mir für drei verschiedene Preiskategorien überlegt. Nische, Designer und Drogerie. Ob ich das hingekriegt habe, seht ihr jetzt. Vorher aber noch ein kleiner Werbeeinschub, Werbebreak in Tüttelchen, weil es keine bezahlte Kooperation ist. Das wäre hier oben sonst schon eingeblendet worden, so viel Transparenz muss sein, aber ich bin eine kleine Elster und so habe ich mich sehr gefreut, als Anna Luisa mich gefragt hat, ob sie mir wieder ein paar Schmuckstücke zuschicken dürfen. Und ihr sollt auch was davon haben. Unten in der Infobox findet ihr meinen personalisierten Link, mit dem ihr 20% außerhalb des Sales spart. Warum Anna Luisa? Ich trage ja gerne Silber und Gold. Echt Gold allerdings nur in sehr überschaubaren Maßen. Anderes lässt mein Budget nicht zu, daher bin ich immer auf der Suche nach hochwertig vergoldetem Schmuck, der lange hält. Das tut er. Ich arbeite seit letztem Jahr mit Anna Luisa zusammen, habe seitdem immer irgendein Schmuckstück von denen am Körper getragen und musste die 2-Jahres-Garantie, die sie geben, noch nicht in Anspruch nehmen. Ja, meine Sachen sehen aus wie einst im Mai. Sie werden CO2- und wasserneutral produziert. Sie verwenden, wann immer es geht, recycelte Materialien und seit letztem Jahr wird direkt aus Deutschland verschickt. Das heißt, zum einen spart ihr ab 35 Euro die Versandkosten und der Versand geht super schnell. Also ich glaube, ich habe mein Päckchen dieses Mal in unter 48 Stunden erhalten. Das ging wirklich ratzfatz. Wo wir also gerade bei Grundausstattung und für alle Eventualitäten gewappnet sein waren, das trifft auf den Schmuck auf jeden Fall zu. Ich zeige euch mal, was ich mir ausgesucht habe. Zum einen diese Kreolen. Ich habe ja viele Ohrlöcher, wie wir mittlerweile wissen, und vor allem im zweiten trage ich immer gerne Ohrringe, die einfach da bleiben können, mit denen ich alles machen kann. Schlafen, duschen, baden. Ich habe da bisher Stecker getragen von Anne Louise und wollte jetzt gerne ein paar Kreolen haben. Ich habe so ganz feine, ich bin aber in der Regel nicht so die Frau fürs Filigrane, deswegen fand ich die hier ganz cool. Dann habe ich mir diese Kette hier ausgesucht. Ich zeige sie euch auch nochmal genauer mit meinem Anfangsbuchstaben. Und ich war jetzt ein bisschen verdutzt, weil ich in der Beschreibung was von einem Zirkon las und dachte, wo ist denn der Zirkon? Sehr niedlich, muss ich euch mal zeigen, ist hinten im Verschluss versteckt. Zum einen ist da das A eingeprägt für eine Louisa und auf der Rückseite ist ein winzig kleiner Zirkon. Das sind die Details. Und zu guter Letzt habe ich mir den Michelle Ring ausgesucht, auf den ich schon mehrere Male angesprochen wurde, gefragt wurde, ob der denn echt sei. Nein, ist er nicht. Der wäre, glaube ich, in der Größe auch ziemlich teuer. Ich bin ja ein Fan von Siegelringen. Ich zeige ihn euch gleich auch nochmal genauer. Und der hier besteht aus 24 Karat vergoldetem Messing und einer Malachitscheibe. Also Malachit ist ein Halbedelstein. Und der hat so schön, der hat so was Mid-Century-Herrenring-mäßiges, oder? Also den habe ich mich sofort verschossen und ich bin, wie gesagt, auch schon ein paar Mal darauf angesprochen worden. Ja, das sind sie, meine drei Schmuckstücke von Anna Louisa. Falls ihr auch welche haben möchtet, schaut unbedingt mal vorbei. Es lohnt sich. Irgendwas ist immer. Ja, also buy one, get one, Muttertag, Weihnachten, Ostern, Valentinstag hast du nicht gesehen. Irgendeinen super Deal haben die immer am Laufen. Und falls nicht, gibt es dann meinen Code, beziehungsweise meinen Link für 20%. Kommen wir nun aber wieder zur Grundausstattung in Sachen Düften. Ich habe mir überlegt, wie würde ich so was angehen, ja? Wie würde ich mir meine Grundausstattung zusammenstellen, hätte ich nicht die Sammlung, die ich hätte. Und habe mich dann so ein bisschen an den Duftrichtungen längst gehangelt. Ich glaube, jeder kann irgendwann in seinem Leben einen guten Vanilleduft gebrauchen. Jeder braucht einen blumigen, floralen Duft. Dann so ein Your Skin But Better, ja? Also so ein Hautduft. Etwas Zitrisches. Einen Gourmand Duft, also etwas Süßes. Und dann irgendwie auch so ein Unisex Duft, ja? So ein Duft, der irgendwie von jedem getragen werden kann. Und das sind also diese fünf Kategorien, die ich mir ausgesucht habe. Vanille, Floral, Skin, Zitrisch, Gourmand und Unisex. Das sind sechs. Es waren am Anfang fünf und dann habe ich noch Unisex aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, das darf eigentlich nicht fehlen. Sechs, Katrin. Ich muss jetzt schon sagen, dass ich manchmal nicht in allen Kategorien fündig geworden bin. Ich erkläre euch dann auch, warum. Ich besitze auch nicht alle Düfte. Ich habe aber alle Düfte irgendwann mal besessen, beziehungsweise mehrmals dran gerochen. Glaube also, mir ein Urteil erlauben zu dürfen. Los geht's. Ich finde, wir machen mal Nägel mit Köppen und gehen gleich in die Vollen. Wir starten mit der Nische. Und mit Vanille. Ich habe in meinem Leben viele Vanilledüfte besessen. Ich habe viele gerochen. Ich fand Vanille mal so richtig, richtig gut. Bin aber mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich es gerne rieche, wo ich denke, das riecht aber lecker. Ich aber nicht mehr unbedingt nach reiner monothematischer Vanille riechen möchte. Ich habe die, wie ich finde, schönste monothematische Vanille besessen. Theota von Indald. Und ich habe sie verkauft, weil der Duft einfach nur im Regal stand. Ich hatte dann lange Zeit abgeschlossen mit Vanille-dominanten Düften und habe mich Anfang des Jahres dann in einen verliebt, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das Eau-Duel von Diptyque. Lange Rede, kurzer Sinn. Vanille, deutlich Vanille, aber gepaart mit Holz. Es ist also eine holzige, erwachsene Vanille. So würde ich es bezeichnen. Wenn Vanille, wenn Nische, dann Uduel von Diptyque. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, dass ich ganz bewusst auf Moleküle No. 1 und Baccarat Rouge verzichtet habe in dieser Auflistung. Und so dachte ich erst, dass ich mit der Kategorie Floral in der Nische Probleme hätte. Denn Floral fand ich bei mir bisher immer etwas untergepräsentiert. Aber dann kam der hier, die Lina, exklusiv. Ich habe auch das Original, habe mich aber hier bewusst für das exklusiv entschieden. Wie das Original Rose Litchi, allerdings kein Rhabarber. Der ist ja im Original enthalten und macht das Ganze so schön knackig. Hier ist enthalten Ud. Ist aber kein Ud-Duft. Also ist wirklich nur in der Base, um das Ganze so ein bisschen tiefer zu machen. Es ist Weihrauch enthalten, Vanille und Amber. Ein Duft, den man vielleicht sogar als einen entfernten Verwandten eines Gourmand-Duftes bezeichnen könnte. Aber durch die Rose für mich ganz klar floral und darf nicht fehlen. In meiner Grundausstattung. Die Lina exklusiv von Parfum de Mali. Kommen wir zur Kategorie Skin Scent. Also Hautduft. Und ich habe ja gesagt, Moleküle No. 1 wird nicht passieren. Aber Isu Isupa wird es trotzdem. Another Thirteen von Lilabo. Enthält, wie gesagt, Isu Isupa noch diverse andere Duftnoten. Also das Portfolio dieses Duftes liest sich üppig. Erwähnenswert finde ich vor allem die zitrischen Noten im Auftakt. Und dann den Moschus und das Amber im Drydown. Das ist für mich wahrnehmbarer als beispielsweise Molekül No. 1, der ja total monothematisch ist. Der enthält ja wirklich nur Isu Isupa. Da wird man gerne mal nasenblind. Der hier ist wahrnehmbarer durch die Noten, die er noch so mitbringt. Das ist also kein reiner Isu Isupa Duft. Aber für mich auch so ein klassischer Your Skin But Better. Der geht immer, wie ich finde. Und hat eben durch diese zitrischen Noten im Auftakt noch so was Frisches. Another Thirteen von Lilabo. Für Hautduft Nische. Dann wird es jetzt ein bisschen langweilig, da ich den folgenden Duft in der Kategorie Citrisch nicht als Full Size besitze. Eine Abfüllung ist zu mir auf dem Weg, ist aber noch nicht angekommen. Daher kann ich euch jetzt nur die Probe zeigen. Und ihr müsst mir glauben, wenn ich euch sage, dass das hier eine Probe von Pulp von Bayerido ist. Ich habe es schon mal gesagt. Es gibt Leute, die sagen, ein bisschen kurz vor, gekippter Obstkorb. Mit dem Obstkorb gehe ich mit. Als gekippt oder gärig empfinde ich ihn nicht. Vielmehr als wirklich saftiges Fruchtfleisch. Hence the name. Und ich habe damals, als ich ihn das erste Mal gerochen habe, gesagt, ich habe noch nie einen astringierenderen Duft als diesen hier gerochen. Ich finde ihn fantastisch, gerade für wirklich heiße Tage. Der ist so, der ist so zitrisch, der ist so sauer, dass ich das körperlich fühle. Ich rieche an dieser Probe und mein ganzer Mund ist schrocken. Kennt ihr das, wenn man so in eine Zitrone beißt? Das ist dieser Duft. Er ist großartig. Ich werde ihn irgendwann auch als Full Size besitzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bisher freue ich mich erst mal auf die Abfüllung, die da kommen wird. Pulp von Bayerido. Gourmand war easy. Messy, sexy, just rolled out of bed von A Lab on Fire. Dieser Duft, also böse Zungen würden behaupten, der riecht wie Juicy Couture Gold. Jein. Er riecht warm und weich nach Vanille, Tonka, Toffee, Sandelholz zum Anbeißen. Er geht in diese Richtung und ich finde diesen Duft schon richtig, richtig gut. Allerdings hält er bei mir von zwölf bis Mittag. Das hier ist die große, reiche Schwester. Er riecht unfassbar gut. Ich habe ihn heute getragen und habe den ganzen Tag so dieses leichte Wirkchen um mich gespürt. Und bin auch, glaube ich, das eine oder andere Mal öfter umarmt worden als sonst. Messy, sexy, just rolled out of bed. Langer Name, super Duft für Gourmand-Nische. Und zu guter Letzt, Unisex-Nische. Auch da musste ich nicht lange drüber nachdenken. Mandorle von Zora Dora. In meiner Nase, auch wenn die Note nicht drin ist, eine ledrige Kirsche. Also Leder ist drin, aber Kirsche offiziell nicht. Aber Kirsche ist das, was in meinem Hirn ankommt. Das ist etwas dunkleres Notebook-Leder. Es ist nicht so dieses ganz helle, was ich immer sage, so dieses Autositze-Leder oder superhelle Wildleder-Handschuhe. Das ist es nicht. Es ist schon ein bisschen dunkler, aber nur ein Tick. Es ist noch so, dass ich es gut tragen kann. Bei mir ist Leder ja auch schnell mal zu viel, aber das Leder mag ich wirklich gerne. Und es hat halt dieses leicht Kirschige. Es ist so ein bisschen wie feuchter Kirsch-Tabak. Könnt ihr euch da was darunter vorstellen? So, Kirsch-Pfeifen-Tabak. Mandorle, Zora Dora. Ein richtig guter Duft, wenn es so in die Richtung Unisex gehen soll. Machen wir mit der nächsten Kategorie weiter. Designer. Auch da bin ich, glaube ich, komplett fündig geworden. Ihr hattet schon, auf was es hinausläuft. Vanille ist natürlich Vanille 28 von Kayali. Und auch, wenn man denken könnte, es wäre ein reiner Vanilleduft. Nein, ist es nicht. Der enthält noch mehr Noten. Für mich ist er so ein bisschen vanillig-ambriert. Also wenn der Oduel von eben eher Holz enthielt, kommt hier das Amber dazu. Und noch diverse andere Noten. Die Haltbarkeit ist so suboptimal, würde ich mal sagen. Er ist aber wunderbar für zum Aufsprühen, abends vorm Zu-Bett-Gehen oder auch zum Layern. Ich möchte ihn nicht unerwähnt lassen. Ich finde auch den neuen, diesen Sugar Patchouli XYZ, auch ziemlich gut. Aber ich habe ja versucht, mich mit mir selbst auf einen Duft zu einigen. Und da der einfach mittlerweile Kult hat und ich glaube, jeder diesen Vanilleduft mal gerochen haben sollte, der Vanilledüfte mag, wähle ich also für meinen Vanilledesigner-Duft Kayali Vanilla 28. Ich habe euch ja versprochen, dass Molecule No. 1 und Baccarat Rouge nicht vorkommen werden. Um den nächsten bin ich aber nicht drum herum gekommen. Ich hätte ihn fast fälschlicherweise in die Gourmand-Richtung gesteckt, aber er passt ja noch viel, viel besser ins Florale. Und welcher könnte es anders sein? Paradox von Prada. Ja, er ist süß, ja, er enthält Vanille, aber er enthält vor allem Jasmin, Neroli und Orangenblüte. Und ist damit ein waschechter, floraler Duft und er wird immer leerer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so drüber freue, dass ein Duft leer wird, aber ich habe es neulich schon gesagt, es könnte sein, dass ich das dieses Jahr noch schaffe. Jetzt in meiner Auflistung für Floral Designer. Paradox von Prada. Der nächste Duft könnte im Grunde auch in der Nische stattfinden. Ich habe mich aber so ein bisschen am Preis orientiert. Und je nachdem, welche Größe man kauft, ist man dann doch noch in der Designer-Ecke. Das liegt auch daran, dass Designer-Düfte immer teurer werden. Ja, also wenn man sich mal so anguckt, was YSL, Dior und Chanel zur Zeit so aufrufen, passt der hier auch rein. Mein Hautduft in der Kategorie Designer ist natürlich der Skin von Clean Reserve. Es gibt auch den klassischen Clean Skin, die finde ich nicht ganz so schön. Also der aus der Reserve Reihe ist schöner, abgesehen davon, dass auch der Flacon einfach viel schöner ist. Das ist ein Moschus-Duft, eindeutig. Ein bisschen frisch, aber nicht ganz so frisch, knackig wie in der Thirteen im Auftakt, sondern eher süßlich. Es ist ein bisschen süßlich, ohne gourmand zu sein, also ohne pappig süß zu sein. Aber es ist ein sehr schöner, sehr leichter Skin-Duft, der einen wirklich wie so ein Wölkchen umhüllt. Die Haltbarkeit ist besser als beispielsweise bei Vanilla 28, wie ich finde, aber auch nicht so gut wie in der Thirteen. Also da merkt man schon, dass da die Duftstoffzusammensetzung, Konzentration eine andere ist. Aber für mich definitiv mit einer der schönsten Designer-Skin-Düfte mit. Man muss da vorsichtig sein. Keine absoluten Aussagen. Aber der ist ganz weit oben und ich würde mich für den entscheiden, wenn es um eine Grundausstattung geht. Citrisch war auch easy. Ich hätte Dolce & Gabbana Light Blue Intense nehmen können. Nein, nein, nein. Ich wollte es ein bisschen schicker haben. Light Blue ist für mich irgendwie nicht schick. Nein, irgendwie habe ich da anderes Kopfkino. Ich weiß nicht. Ich habe mich entschieden für Un Jardin sur les Nils. Das ist eine ganz interessante Duftpyramide, die unter anderem Tomate und Karotte enthält. Aber auch, ich sage es mal, wässrige Blumen wie Lotus und Hyazinthe. Also das gibt diesen blumig-aquatischen Eindruck. Iris, Weihrauch und Labdanum ist beispielsweise auch enthalten. Aber allen voran eben auch grüne Mango. Plus Citrusnoten. Ja, und das Ganze ist es tatsächlich wie ein Garten am Nil. Ich war noch nie am Nil, aber so könnte es da riechen. Also es ist ein bisschen grün, es ist ein bisschen zitrisch, es ist aromatisch krautig. Den hätte ich auch in die Unisex-Abteilung packen können, denn die Gärten von Hermès sind Unisex-Düfte. Aber das wäre meine Wahl für einen zitrischen Duft im Bereich Designer. Un Jardin sur les Nils von Hermès. Kommen wir jetzt zur Abteilung Gourmand in der Kategorie Designer. Da habe ich tatsächlich mit am längsten überlegt. Hätte nicht gedacht, dass mir das so schwer fällt. Ja, und dann war es halt mir doch ganz einfach. Manchmal sieht man den Wald vor der Bäume nicht. Oder in dem Falle die Alien-Göttin. In diesem Falle Alien-Gottes Intense von Mücklehr, ein Designerhaus, ein Modehaus. Warum habe ich mich für Gourmand entschieden? Ja, er enthält Jasmin, aber wenn man genau hinguckt, ist es nicht Jasmin-Blüte, sondern Jasmin-Tee. Dazu enthält er noch Vanille und vor allem Kokos. Das alles drei sind Dinge, die man essen kann. Somit ist dieser Duft ein Gourmand-Duft und für mich, zumindest in diesem Jahr, der Gourmand-Duft meiner Wahl in der Abteilung Designer. Alien-Gottes von Intense, wichtig, Intense von Mücklehr. Und zu guter Letzt die Abteilung Unisex. Und es wird euch aus den Ohren rauskommen, das ist mir egal. Ich werde es weiter von den Dächern schreien. Tom Ford Ombre Leather Parfum. Ich sage es nochmal, was ich immer sage. Helle Leder Autositze im Sportwagen. Und helle Wildleder Handschuhe. Nicht die Reitgärte, nicht der Sattel, nein, der ganz feine Bederhandschauer. Femininer, ein bisschen süßer, ein bisschen weicher als das Original Ombre Leather. Das mag ich nicht, es gefällt mir auch, empfinde ich aber als tendenziell eher maskulinär. Der hier ist Unisex fast schon weiblich anmutend. In meiner Nase, in meinem Gehirn. Für mich der Kandidat für Unisex-Duft im Bereich Designer. Wobei der Preislichheit eigentlich allermannische Bedarf legt. Also wenn ich gesagt habe, YSL, Dior und Co. sind schon teuer. Je nachdem, welche Packungsgröße man hier kauft. Es ist auch schon deutlich dreistellig. Zu guter Letzt kommen wir zu der Kategorie, auf die ihr alle gewartet habt. Ich kenne euch ja, ihr kleinen Flitzpiepen. Drogerie. Das ist auch die Kategorie, die den größten Disclaimer vorweg braucht. Zum einen, weil ich festgestellt habe, dass das gar nicht so einfach war für mich. Es gab Duftkategorien, da hätte ich sofort mehr als einen Duft nennen können. Und dann gab es Kategorien, da bin ich gar nicht fündig geworden. Und das ist so ein bisschen symptomatisch. Es gibt ganz offensichtlich Duftrichtungen, die in der Drogerie favorisiert werden. Die findest du da zuhauf. Und dann gibt es so Kategorien, Duftrichtungen. Da wird es schwierig. Ich habe mich hier vor allem an Rossmann orientiert. Der hat hier die größte Duftauswahl von wirklich günstig über Midrange bis hin zu den teureren Sachen hinter der Glaswand, für die man dann klingeln muss. Da findet man dann auch plötzlich so Sachen wie Angerdance für den Nils oder Molekül No. 1. Dann habe ich bei Butny geguckt. Die haben zwar auch Designer-Düfte, aber sehr überschaubar und immer die gleichen. Also die haben selten mal so Neuerungen im Sinne von, da kommt mal was anderes ins Regal. Dann haben wir DM. Den habe ich hier nicht in meiner Nähe, aber da habe ich auch das so in Erinnerung, dass das Duftregal relativ überschaubar ist. Erst dafür haben die Düfte, die DM exklusiv sind, also die du dann in anderen Parfümerien nicht bekommst. Mein Maßstab ist also Rossmann mit der, wie ich finde, größten Auswahl und man hat auch häufig Angebote. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen an den Preisen, an den Standardpreisen orientiert, aber selbst da kann man immer noch mal sparen. Und dann möchte ich noch sagen, dass ich Düfte von, ich nenne sie jetzt mal Dupe-Firmen, komplett weggelassen habe. Beispielsweise Larive oder wie sie alle heißen. Also Firmen, die sowohl im Packaging als auch im Duft daraus abzielen, einen größeren, bekannteren, beliebteren Duft zu kopieren. Weil ich finde, dass es mir das zum einen zu einfach gemacht hätte. Da hätte ich einfach nur gucken können, ich kaufe jetzt was, das riecht wie Alien, ich kaufe jetzt was, das riecht wie Baccarat Rouge. Ich hätte mir den Wagen vollpacken können und wäre fertig mit der Schose. Ich wollte aber zeigen, dass man mit seinem Budget auch in die Drogerie gehen kann und alleinstehende Düfte, also für sich stehende Düfte kaufen kann und sich damit gut beduften kann. Ist das nachvollziehbar? Ja. Kommen wir jetzt zur ersten Kategorie. Vanille. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe in der Drogerie keinen reinen oder Vanille-dominanten Duft gefunden, den ich euch empfehlen. Wollen würde. Nein. Es gibt diesen einen Touch auf Vanille, es kann sogar sein, dass der von Larive ist. Ich weiß gar nicht genau, ich wüsste nicht, wen der kopieren wollen würde. Aber der krankt an dem, an dem so viele Vanilledüfte kranken, die ich aus der Drogerie kenne. Die riechen alle irgendwie nach billigem WC-Spray. Entschuldigung. Hat mir nicht gefallen, ich habe keinen gefunden, den ich euch guten Gewissens empfehlen könnte. Haken hinter. Dann lieber irgendwie online gucken, weil den ganzen nahöstlichen, arabischen Parfum-Marken, das ist nochmal ein Thema für sich, aber da gibt es ja auch sehr günstig Düfte und ich behaupte, dass man da eine schöne Vanille finden könnte. In der Drogerie habe ich gerne gefunden. Dann sind wir in der Kategorie Floral, blumig und das war tatsächlich die, wo ich euch ad hoc drei Düfte hätte nennen können, mindestens. Das scheint auch mit einer der vorherrschenden Duftkategorien zu sein. Also dieses, nicht zu süß, also es gibt auch süße Düfte in der Drogerie, aber deutlich weniger als ich gedacht habe. Ich habe wirklich über Tage immer wieder in meinem Rossmann vor dem Regal gestanden und Fotos gemacht und geschnuppert, die müssen schon gedacht haben, was macht die Frau da. Also ich habe mich intensiv mit der Thematik beschäftigt. Es gab weitaus weniger süße Düfte als ich dachte, dafür aber wahnsinnig viele Düfte, die in die Kategorie blumig, ambriert, moschus, ein bisschen süß fallen. Ich habe mich am Ende dazu entschieden, euch drei Düfte zu präsentieren. Drei, dann mache ich eine Ausnahme, weil es drei sehr unterschiedliche Düfte sind, die ich tatsächlich erwähnenswert finde. Und die es in der Drogerie zu kaufen gibt. Zum einen können wir ganz schnell abfrühstücken, Guess Seductive Noir. Wenn ihr einen Duft wollt, der sehr, sehr nah an Mont Guerin kommt und erfreulich lange hält, bei einem vergleichsweise geringen Preis, der da. Nummer 1. Nummer 2. Rosa Pfeffer, Orangenblüte und Vanille. Roberto Cavalli. Roberto Cavalli. Der Originalduft. Es gibt zumindest bei mir in der Drogerie einige Düfte von Roberto Cavalli. Ich finde, die sind allen Riecher wert. Also Roberto Cavalli, wie oft kann man Roberto Cavalli sagen, bietet ein, wie ich finde, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die Düfte riechen intensiv, die projizieren, die hinterlassen auch eine Siage. Der hier geht so in Richtung blumig-tropisch, ein bisschen dieses schwülstige, dieses Orangenblüten-Schwülstige, was ich persönlich ja mag. Der riecht tatsächlich nach nackte Zähne im warmen Sand, Sonnencreme-Cocktail und regennasse Palmenblätter. Roberto Cavalli. Und zu guter Letzt, ein Duft, den ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Für mich eine der Drogerie-Entdeckungen des letzten Jahres. Ich glaube, ich habe ihn im letzten Jahr gekauft, ja, nicht im vorletzten. Tokyo Shibuya von Karl Lagerfeld. Die Düfte an sich finde ich tatsächlich alle ziemlich knorke. Es gibt einen Rom für Frauen noch, es gibt noch einen Paris, der, wie ich finde, sehr diesen Chloé-Eau de Parfum-Vibe aufgreift. Also wer da Lust drauf hat, haltet mal die Nase dran. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super, die halten vergleichsweise lang, sind, wie ich finde, gut komponiert, sind sehr ausgewogen. Und der hier enthält eine meiner liebsten Nuancen, Rhabarber. Er enthält aquatische Noten, Rhabarber, Magnolie, Kirschblüte, Pfingstrose, Moschus, Zeder und noch ein paar andere. Und das ist so ein richtig schöner, heller, frischer, blumiger Duft mit eben dieser Rhabarber-Note und einem schönen Dry-Down. Also den mag ich wirklich gern. An diese Karl Lagerfeld-Düfte haltet da mal die Nase dran. Ich habe sie lange ignoriert. Es lohnt sich. Die Karl Lagerfeld Tokyo Shibuya. Ja, Skin, wie sollte es anders sein? Ich habe im letzten Jahr schon mal gesagt, dass wir das Glück haben, einen, wie ich finde, der schönsten, gefälligsten, tragbarsten weißen Moschus-Düfte für den Apel und ein Ei überall in der Drogerie zu bekommen. Und zwar ist das White Musk von Jovan. Ich weiß aber noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Es gibt da mittlerweile ja einen Musk, Black Musk, Golden Musk. Den White Musk finde ich am schönsten. Und richtig dosiert. Die werben ja so ein bisschen damit, dass es ein bisschen animalisch ist und auf heiße Haut, verführerisch und so. Ja, und der riecht auch tatsächlich gut. Also den kann man zum einen wunderbar lähen. Ich glaube, hier auch mit dem Kajali Vanilla 28 wäre der super. Oder auch mit etwas holzigerem oder Molekül Number One. Das muss ich mal ausprobieren. Das ist tatsächlich ein weißen Moschus-Duft, den ich tragen würde. Den ich auch solo tragen würde. Immer in Maßen. So Moschus ist ja, das kann auch mal anecken. Aber der ist, wie ich finde, richtig gut. Ich habe schon deutlich teurere weiße Moschus-Düfte, Moschus-dominante Düfte gerochen, die ich bei Weitem nicht so gut fand wie den hier. Und den kriegst du quasi hinterhergeschmissen. White Mask von Jovan. In der Drogerie. Der mit der Blume. In der Kategorie Zitrisch habe ich einen Duft für euch. Den habe ich schon erwähnt. Ich kann ihn euch aber immer noch nicht zeigen, weil ich ihn nicht habe. Deswegen blende ich ihn euch hier ein. Ich habe ihn aber besessen. Ich habe ihn oft besessen in meiner Laufbahn. Zuallererst als Teenie. Und zwar ist es Green Tea von Elizabeth Arden. Ich habe ihn erwähnt, weil er, und das wusste ich auch nicht, aus der Feder von Francis Cotijan stammt. Wer hätte das gedacht? Der enthält Citrusnoten, natürlich, ist ein zitrischer Duft. Minze, Rhabarber, Jasmin und dann, wir haben darüber gesprochen in meinem 90er Video, Fenchel, grüner Tee, Sellerisam, Kümmel, Nelke, also irgendwie das halbe Gewürzregal. Das merkt man aber nicht. Ja, das merkt man nicht. Er ist für mich ein frischer, aquatischer, grüner Tee-Duft mit einem zitrischen Kopf. Ein sehr, sehr schöner Duft. Ich möchte ihn mir eigentlich auch immer noch mal kaufen. Ich hatte ihn schon dreimal in der Hand und habe ihn dann doch irgendwie stehen gelassen. Aber der wird auf jeden Fall mal wieder einziehen. Und wenn euch noch so was ist, dann haltet da mal die Nase dran. Der ist ziemlich unique für die Drogerie. Also wie die alle, bis auf vielleicht der, wo ich gesagt habe, der riecht wie Morvilla. Aber die alle für sich genommen sind richtig schöne Düfte. Der Green Tea hält natürlich nicht lang. Der heißt ja auch irgendwie Eau Parfumé, also wie parfümiertes Wasser. Ähnlich ist, glaube ich, auch die Haltbarkeit einzuordnen. Aber bei dem Preis kann man da den auch gerne mit sich rumschleppen und nachsprühen. Also Green Tea von Elizabeth Arden wäre meine Wahl für Zitrisch aus der Drogerie. Gourmand fiel mir leicht. Fiel mir richtig leicht. Denn diesen Duft kenne ich schon sehr lange. Er ist Teil meiner Duftbiografie. Das ist ein Duft, bei dem ich mich sehr genau daran erinnern kann, weil ich ihn das erste Mal gerochen habe. Ich glaube, das habe ich sogar in meinem Duftbiografie-Video erwähnt. Müsst ihr mal gucken. Und er kostet wirklich ein Apel und ein Ei. Er ist aber richtig, richtig schön. Also wer Düfte mag, die so ein bisschen nach Zuckerwatte riechen, die nach Marshmallow riechen, nach Vanille, ein bisschen Sandelholzig, das hat ja gerne auch mal so diesen cremig-milchigen Charakter, der muss die Nase an Mini Pink von Ulrike de Varence halten. Es gibt ja Mini Love, Mini Happy, Mini Schieß mich tot. Mini Pink. The OG. Ich glaube, das ist einer aus der Standardreihe, den es schon ewig und drei Tage gibt. Und der riecht einfach richtig, richtig gut. Also den habe ich auch schon solo getragen. Viele Jahre nicht mehr. Das ist ein Duft, den habe ich eher noch aus Nostalgiegründen in meiner Sammlung. Aber wenn ich jetzt so dran rieche, ich habe heute Messy, sexy, just rolled out of bed getragen. Den könnte ich morgen drauf knallen und die Leute würden einen Unterschied merken. Es ist halt ein anderer Duft, aber die würden sagen, hey, du riechst ungefähr so gut wie gestern. Die Haltbarkeit ist natürlich überschaubar. Geht aber, das liegt natürlich auch an den Noten, die drin sind, der hat ordentlich kein Wumms. Aber das Ding hier für, ich weiß nicht, was der kostet, 3,50 Euro, keine Ahnung, den packe ich mir in die Handtasche und sprühe mehrmals am Tag nach. Also Mini Pink, Gourmand, Drogerie, keine Diskussion. Der war von Anfang an klar. Zu guter Letzt wieder ein Duft, den ich noch nicht besitze, bei dem ich aber schon mehrmals drüber nachgedacht habe, ihn mir zu kaufen. Und zwar geht es um die Unisex-Kategorie in der Abteilung Drogerie. Und da möchte ich euch nochmal einen Karl Lagerfeld-Duft ans Herz legen, und zwar Mercer Street. Mercer Street steht eigentlich bei den Herrendüften, wie ich finde, aber sehr unisex. Er enthält Limette, Minze, weißen Pfeffer, Rhabarber, oh Wunder, Jasmin, helles Holz, Vetiver und Moschus. Und das ist ein Duft. Also, ich bin jetzt wieder so ein bisschen vorurteilsbehaftet, ja. Ich spreche jetzt mal wieder so in Klischees. Männer Düfte, gerade in der Drogerie, die sind halt gerne auch mal so ein bisschen squeechy, so ein bisschen scharf, so ein bisschen typisch. Mercer Street empfinde ich ähnlich wie den anderen, den ich euch gezeigt habe, als sehr rund, als sehr ausgewogen, sehr stimmig. Und durch gerade dieses Limette, Minze, Rhabarber, Jasmin, total schön für Leute, die diese Duftrichtung mögen, aber es nicht zu männlich oder zu weiblich haben wollen. Also, ich empfinde den als klasse Unisex-Duft, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch irgendwann ein Ziel wird. Mercer Street von Karl Lagerfeld. Ja, das waren sie, meine drei Grundausstattungen in Sachen Düften, ja, Nische, Designer, Drogerie. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ob euch noch eine schöne Vanille aus der Drogerie einfällt, dann packt sie bitte unten in die Kommentare. Ansonsten möchte ich euch nochmal auf meinen personalisierten Link von Anna Luisa hinweisen, mit dem ihr immer 20% außerhalb des Sales bekommt. Schaut da gerne mal vorbei, die haben richtig schöne Sachen, Designs von bis, ich glaube, da wird jeder, jede fündig, in Gold sowie in Silber. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal.